Musik Begegnungen der dritten Art sind furchterregend und bedrohlich. Entführungsopfer behaupten, gefangen genommen und für Experimente missbraucht worden zu sein. Aliens bescheren uns vielleicht einige der schlimmsten Geißeln der Menschheit. Wonach suchen Außerirdische auf der Erde? Haben sie es auf unseren Planeten abgesehen oder auf die Menschheit? Erfahren sie die Wahrheit über Begegnungen mit Aliens und warum der erste Kontakt mit ihnen auch der letzte sein könnte. Bei Unsealed – Alien Files. Eine weltweite Initiative hat begonnen. Geheimakten mit detaillierten UFO-Berichten, jahrzehntelang vor der Öffentlichkeit verborgen, sind jetzt frei zugänglich. Wir enthüllen die Wahrheit hinter diesen Dokumenten und finden heraus, was die Regierungen verschweigen. Unsealed – Alien Files – auf der Spur der größten Geheimnisse der Erde. Begegnungen mit Aliens gibt es weltweit. Beschrieben als Lichtpunkte am Himmel. Oder ein flüchtiger Schatten in den Wäldern. Nahbegegnungen können auch tödlich enden. Entführungen durch Außerirdische halten die meisten für Hirngespinste. Aber sie hinterlassen Spuren. Etwa Fußabdrücke, Narben und Implantate. All kinds of things. Dayton, Texas. 29. Dezember 1980. Betty Cash, Vicky Landrum und ihr siebenjähriger Sohn Colby fahren auf einer einsamen Autobahnstrecke in Texas. In der Ferne erscheinen Lichter über den Baumwipfeln. Die Frauen halten an. Alle drei steigen aus, um das kristallartige Flugobjekt besser sehen zu können, das über den Bäumen schwebt. Die drei kehren zum Auto zurück. Sie wollen wieder einsteigen, doch der Türgriff ist zu heiß. Plötzlich sendet das Objekt einen Lichtstrahl aus, der Betty Cash, Vicky Landrum und ihren Sohn Colby erfasst. Die drei erstarren vor Angst. Der ohrenbetäubende Lärm von Rotorblättern reißt sie aus der Schockstarre. Plötzlich nahende Militärhelikopter verjagen das UFO. Fast unmittelbar darauf wird den drei Opfern schwindelig. Sie müssen sich übergeben und fühlen sich schwach. Ihre Haut weist Verbrennungen auf. Betty Cash fallen später büschelweise Haare aus. Ihre Haut löst sich ab. Am 3. Januar 1981 kommt sie für 15 Tage ins Krankenhaus. Laut Radiologiebefund waren alle drei hoher ionisierender Strahlung ausgesetzt. Warum schwebt ein UFO über dem Wald und attackiert grundlos drei Menschen? Am meisten verstört die schnelle und effiziente Reaktion der US-Armee. War sie auf so einen Angriff vorbereitet? Anders lässt sich das alles nicht erklären. Solche Begegnungen sind keineswegs selten. 4% der Weltbevölkerung und damit 280 Millionen Menschen behaupten, nicht nur Aliens begegnet zu sein, sondern entsetzliche Dinge erlebt zu haben. Freigegebene UFO-Akte. Die Entführung von Travis Walton. Arizona, 5. November 1975. Der Waldarbeiter Travis Walton fährt mit seinem Team nach der Schicht heim. Als er ein helles Licht über den Bäumen aufblitzen sieht. Neugierig geworden, steigt er aus und geht darauf zu. Da entdeckt er eine große silberne Scheibe, die sich als Quelle des gleißenden Lichtes entpuppt. Walton und seine Kollegen wollen sich das näher anschauen. Er bereute es sein Leben lang. Das Ding bewegte sich nicht. Ich wollte ein wenig angeben und ging hin. Meine Kollegen riefen mich aufgeregt zurück. Ich näherte mich dem Licht, als das Ding einen Ruck macht. Genau in dem Moment fühlte ich einen Schlag. Als ich wieder zu mir kam, hatte ich starke Schmerzen und sah drei Wesen vor mir stehen. Eins schaute mich direkt an. In Panik versuchte ich, auf eins der Wesen einzuschlagen. Konnte vor Schwäche meinen Arm aber nicht bewegen. Ich schaffte es, wegzulaufen. Travis wird mehrere Kilometer vom Entführungsort aufgefunden und glaubt, nur ein paar Stunden in der Gewalt der Aliens gewesen zu sein. Das Verstörende daran, er war fünf Tage verschwunden. Kurz darauf unterziehen sich alle Beteiligten einem Lügendetektortest. Eine Frage lautet, ist es wahr, dass sie letzten Mittwoch, als Travis Walton verschwand, ein UFO gesehen haben? Sie antworten mit Ja. Travis Walton bleibt äußerlich unverletzt, aber vom emotionalen Stress erholt er sich nicht mehr. Begegnungen mit Lebewesen aus anderen Welten enden meist fatal. Die Opfer leiden oft ein Leben lang an psychischen Folgen. Einige Entführungsopfer tragen aber auch beunruhigende körperliche Schäden davon. Viele Entführungen passieren, wenn die Opfer am verletzlichsten sind, im Schlaf. Mark Routley wird mehrmals entführt und erinnert sich an diese schreckliche Erfahrung. Um drei Uhr morgens fuhr ich aus dem Schlaf. Ich war vor Schreck wie gelähmt. Im Zimmer standen drei Aliens. Ich war bei vollem Bewusstsein, klar im Kopf und hellwach. Wie sie mich bewegungsunfähig gemacht haben, weiß ich nicht. Laut Routley bewegt sich eines der Wesen wie ein Mensch. Dann passiert etwas Albtraumhaftes. Es kam auf mich zu und beugte sich über mich. Ich bekam unbeschreibliche Angst. Dann wurde mir etwas ins Ohr gebohrt. Ich wachte um 8 Uhr auf. An die vergangenen fünf Stunden kann ich mich nicht erinnern. Von einem Moment auf den anderen wird Mark Routley zum Entführungsopfer. Sie kommen und stellen dich ruhig. Wenn du aufwachst, bist du gefangen. Sie nehmen dich einfach mit und keiner merkt es. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren befragt das Institut Roper knapp 6000 erwachsene US-Bürger, die angeblich, oft mitten in der Nacht, von Aliens entführt wurden. Die 1992 veröffentlichten Ergebnisse verstören zutiefst. Freigegebene UFO-Akte. Die Roper-Umfrage. Dort heißt es. Es könnte sich bei den Berichten von Betroffenen um Träume von OP-Sälen oder vage Erinnerungen an gleißendes Licht und ausserirdische Handeln. Ein behutsames Befragen in Hypnose enthüllt vielleicht konkretere Erinnerungen. Wie sie von Aliens ruhiggestellt und in ein UFO verschleppt wurden. Typischerweise aus dem Auto oder ihrem Zuhause. Die Opfer tragen nicht nur seelische Schäden davon. Viele entdecken Implantate unter der Haut, die ihnen bei schrecklichen Eingriffen eingepflanzt wurden. Die Implantate sind winzig und oft aus Metall. Meist werden sie zufällig bei Routineuntersuchungen entdeckt und die Betroffenen wissen nichts von ihnen. Implantate finden sich in Händen und Füßen, Armen und Beinen. Nicht mal eine Narbe ist zu sehen. Einige Opfer sind während der gesamten Prozedur bei Bewusstsein. Andere erinnern sich nur vage an die Ereignisse. Werden diese Menschen gegen ihren Willen für ein Langzeitexperiment missbraucht? Wozu dienen diese Implantate? Ihre Begleiterscheinungen sind Nasenbluten, migräneartige Kopfschmerzen und Probleme mit der Fruchtbarkeit oder Zeugungsfähigkeit. Den Betroffenen fehlen oft Stunden oder Tage. Viele Opfer werden mehrmals entführt und müssen qualvolle Experimente über sich ergehen lassen. Zu welchem Zweck? Der US-Arzt Dr. Roger Lear ist einer der wenigen Experten für außerirdische Implantate. Seine Entdeckungen schockieren die Wissenschaft. Die Implantate sind verschieden groß. Das größte von mir entfernte war etwa einen Zentimeter breit und T-förmig. Bei den 16 Eingriffen, die wir zum Entfernen der Objekte durchgeführt haben, konnten wir bei keinem der Patienten feststellen, wo oder wie sie in den Körper eingedrungen waren. Labortests fördern Überraschendes zutage. Viele der Implantate weisen radioaktive Isotope auf, die bei Meteoriten vorkommen. Experten schließen daraus auf einen außerirdischen Ursprung. Noch ist nicht geklärt, woher diese Implantate stammen. Sind sie eventuell Peilsender oder erfüllen sie einen noch unheimlicheren Zweck? Ufologen glauben, dass der Grund für das Interesse der Aliens an unserem Planeten offen liegt, sobald diese Implantate entschlüsselt sind. Werden Entführungsopfer zu Waffen, die die Menschheit in die Knie zwingen sollen? Der Krieg der Welten von H.G. Wells handelt von der Invasion der Marsmenschen. Die Erde und die Menschheit verdanken ihre Rettung einem winzigen Erkältungsvirus. Die Marsianer sind gegen dieses Virus nicht immun, erkranken und sterben daran. Dieses Prinzip lässt sich auch umkehren. Bringen die Entführten mehr auf die Erde als nur Implantate? Wenn Außerirdische in kriegerischer statt friedlicher Absicht kommen, könnten sie krankmachende Viren als Waffe einsetzen. Einen Entführten mit einem Virus zu verseuchen, ist einfach. Die biologische Kriegsführung ist keine Erfindung der Neuzeit. Erste Berichte über den Einsatz von Biowaffen gehen auf das Jahr 1763 zurück. In Pittsburgh, im US-Bundesstaat Pennsylvania, übergeben britische Truppen den Native Americans verseuchte Decken als Friedensgeschenk. In einer Aufzeichnung heißt es, wir überreichten Ihnen zwei Decken und ein Handtuch aus dem Pocken verseuchten Krankenhaus. Ich hoffe, das erzielt die gewünschte Wirkung. Die Krankheit breitet sich fast ungehindert aus. Pockenwellen raffen unzählige Menschen dahin. Wozu sind dann erst weit höher entwickelte Aliens fähig? Wenn außerirdische Biostoffe oder ein Virus auf die Erde bringen möchten, dann könnten sie das ganz einfach tun. Sie müssten unseren Planeten nicht einmal selbst betreten. Es gibt mindestens zwei dokumentierte Meteoriteneinschläge auf der Erde, die mit einem Virus oder Bakterium in Verbindung stehen. Und für die wir keine Erklärung haben. Viele Krankheiten kommen scheinbar aus dem Nichts. H1N1, SARS, Polio, HIV und AIDS. Sie tauchen plötzlich auf, wüten auf der Welt und dezimieren die Bevölkerung. Stammen diese und ähnliche Virenstämme von anderen Planeten? Sollten dadurch tödliche Krankheitswellen ausgelöst werden? Nicht alle Versuche erfolgen heimlich. Eine berühmte UFO-Sichtung, die Tausende beobachten, gipfelt in einer der tödlichsten Krankheiten unserer Zeit. Vor gut 100 Jahren gab es in Fatima eine Marienerscheinung. Die Mutter Gottes übermittelte drei kleinen Mädchen angeblich Geheimnisse, über die sie Stillschweigen bewahren sollten. Und das taten sie, bis ins 20. Jahrhundert. Ufologen glauben, dass es sich in Fatima nicht um die heilige Jungfrau Maria handelte, sondern das Außerirdische. Diesen drei kleinen Mädchen Prophezeiungen aus der Zukunft überbrachten, die für die Gläubigen gedacht waren. Augenzeugen berichten, dass die Sonne bunte Lichter aussendete, die sich am Himmel zu immer neuen Mustern zusammenfügten. Mehrmals während der Erscheinungen gingen heftige Regenfälle nieder. Tagelang berichten die heimischen Medien vom Wunder von Fatima. Im Januar 1918, nur drei Monate nach der letzten Erscheinung, wird die Welt von einer der bis dahin schlimmsten Plagen heimgesucht, der spanischen Grippe. Das Virus infiziert mehr als 500 Millionen Menschen und tötet etwa 5 Prozent der Weltbevölkerung. Übertragen die Regenfälle in Fatima ein todbringendes, außerirdisches Virus? Haben Aliens unseren Heimatplaneten in eine tödliche Waffe, die alles Leben zerstört, verwandelt? Fatale Begegnungen mit Außerirdischen könnten zunehmen. Aliens könnten die Erde aber auch aus großer Distanz wirkungsvoll angreifen. Eine Bombardierung unseres Planeten aus sicherer Entfernung mit verseuchten Meteoritenteilchen könnte auch ohne unser Wissen erfolgen. Außerirdische Technologien beherrschen vielleicht unsere Umwelt. Sind Aliens in der Lage, die Ökosysteme auf unserem Planeten in Waffen gegen uns zu verwandeln? Es strotzt nur so vor Beweisen, dass die Welt am Abgrund steht. Das Klima spielt verrückt. Die Pole verschieben sich. Es ist offensichtlich. Wir stehen kurz vor der Auslöschung. Bereiten Außerirdische die Zerstörung des Lebens auf unserem Planeten vor? UFOs werden kurz vor Naturkatastrophen gesichtet. Laut UFO-Experten kommt es Monate vor dem Tsunami 2011 gehäuft zu UFO-Sichtungen. Diese Naturgewalt bringt Japan an den Rand einer nuklearen Katastrophe. Sind diese Ereignisse ein Beweis dafür, dass Aliens die Erde zerstören möchten? Können wir überhaupt überleben, wenn selbst Mutter Natur nur ein Spielball der Aliens ist? Unsealed. Alien Files. Auf der Spur der grössten Geheimnisse der Erde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017